Hallo Kackbratzen! Laut der Statistik müsste der Großteil von euch Kackbratzen alt genug sein, um sich noch an die gute alte Zeit der Shareware-Spiele zu erinnern. Falls ihr jetzt zu jung sein solltet, Shareware war damals ein gängiges Geschäftsmodell für Spiele. Man verteilte den ersten Teils des Spiels, der quasi als Demo dienen sollte, komplett kostenlos, mit der Hoffnung, dass die Probeversion Anreiz genug ist, um sich dann den Rest des Spiels zu kaufen. Man schickte dazu eine Postkarte in Richtung des Publisher und wenn alles klappt, hatte man nach ein paar Wochen das komplette Spiel im Postkasten. Wenn man wie ich einen vertrauenswürdigen Videospielladen im Ort hatte, konnte man dort unter der Hand auch kunstvoll hausgemachte und mit sehr viel Liebe beschriftete Disketten kaufen, um sich den postalischen Weg zu sparen. Ja, die Zeit vor dem Internet war wirklich wild. Ein berühmtes Beispiel für ein Shareware-Spiel dieser Zeit sind wohl Commander Keen oder auch Wolfenstein aus dem Hause Apogee und Epic, die wohl diese ganze Shareware-Geschichte erst so richtig ins Rollen brachten. Heute beschwert man sich über DLC, dabei ist dieser Scheiß ein ziemlich alter Hut. Auch die Hugo-Serie startete Anfang der 90er Jahre als Shareware durch, wobei dann 1995 als Teil der Hugo-Trilogie tatsächlich ein kommerzieller Verkauf folgte. Die Trilogie enthielt den ersten Teil Hugos House of Horror, Hugo 2 Whodunit und Hugo 3 Jungle of Doom, nebst gedruckter Anleitung und Lösungsbuch und man spendierte der Neufassung zudem noch ein Point-and-Click-Update, wunderschöne MIDI-Hintergrundmusik und verbesserte Soundeffekte. Entwickelt wurde die Hugo-Serie vom Programmierer David P. Gray. Eigentlich arbeitete er für das britische Verteidigungsministerium und bastelte mit einem Vektor-Grafiksystem rum und kam dabei auf die Idee daraus vielleicht irgendwie ein Spiel zu entwickeln, nur für den Fall, dass seine Flugsicherungssoftware für die Regierung floppen sollte. Die Idee jedoch von seriösen Computerprogrammen auf Spiele umzusteigen kam ihm bei einer Party, auf der er sich mit einem Gynäkologen unterhalten hat und wie der Zufall es so wollte, sollte ein Spiel ganz besonders prägend für die Hugo-Serie sein. Auch dieses Spiel hat irgendwann sein eigenes Video verdient. Aber heute wollen wir mit Hugos House of Horror zunächst mal auf den ersten Teil der Hugo-Serie blicken. In dem der Held seine Flamme aus den Fängen eines verrückten Wissenschaftlers retten muss. Hugos House of Horror ist eines dieser wunderbaren 2DEGA-Grafik-Adventures, in denen man ursprünglich nicht etwa mit der Maus auf irgendwelche clicky-bunty-Dinger drückte, um mit dem Spiel zu interagieren, sondern man musste auch noch so jeden kleinen Befehl mit der Tastatur in einen Parser eintippen. Und wer diese Zeit damals nicht miterlebt hat, hat wirklich einen riesen Spaß verpasst. Vor allem dann, wenn wir noch ein paar Jahre weiter zurückgehen und uns an die rein textbasierten Adventures erinnern, wo wir nicht mal gesehen haben, was das Spiel eigentlich von einem wollte. Das Gameplay spielte sich in unseren Köpfen ab, während wir vielleicht hoffnungslos vor der Tastatur saßen und uns überlegten, was zum Henker wir nun eigentlich eintippen müssen, um nur einen Schritt weiterzukommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie auch die Zeit der Text-Adventures ist Hugo eine eher mysteriöse Gestalt, da man zu Beginn des Spiels kaum etwas über seinen Hintergrund weiß. Das gilt auch für seine Freundin Penelope. Wir wissen nur, dass seine Ische beim Babysitten in einem gruseligen Haus verschwunden ist und wir Hand in Hand mit Hugo nun zur Rettung eilen. Das Chip-Tune-Intro ist auch heute noch ein Feuerwerk der Gefühle. Wie auch schon vor über 30 Jahren begrüßt uns Hugo auf der Straße, während sich hinter ihm ein mysteriöses Haus befindet. Passenderweise ist gerade Vollmond und 5 Pixel schwirren durch die Nacht, von denen wir mal annehmen, dass sie Fledermäuse sind. Wer genau hinschaut, kann auch mehrere böse Augenpaare erkennen, die aus den Hausfenstern spähen. Es sieht nicht besonders freundlich aus. Doch Hugo weiß, dass seine wahre Liebe Penelope irgendwo im Inneren gefangen ist und er hinein muss, um sie zu retten. Sobald Hugo das Haus betritt, trifft er auf viele seltsame und wunderbare Charaktere, darunter einen verrückten Wissenschaftler, einen gefräßigen Hund, und eine Menge gruseliger Dinnerparty-Gäste, für die vegetarische Gerichte definitiv nicht auf der Speisekarte stehen. Er erkundet das Haus, um Hinweise und Gegenstände zu sammeln, die uns letztendlich helfen werden, um herauszufinden, wo Penelope gefangen gehalten wird. Durch das Aufsammeln von Gegenständen und das Lösen der Rätsel erhält man Punkte, die auch als Markierung für den Spielfortschritt dienen. Die Rätsel sind für erfahrene Abenteuerspieler recht einfach, die das Spiel wahrscheinlich in weniger als einer Stunde durchspielen können. Speedrunner schaffen es locker in zehn Minuten. Alle Objekte, die man im Haus finden kann, haben einen sehr logischen und oft offensichtlichen Verwendungszweck. Beispielsweise ist die Kerze eindeutig dazu da, einen dunklen Raum zu erhellen, und eine Ölkanne ölt einen verrosteten Mechanismus. Hugo wurde klassisch mit den Pfeiltasten durch das Haus bewegt und für die Aktionen musste man diverse Befehle in die Tastatur hacken. Es reichten eigentlich wenige Wörter aus, um mit dem Spiel interagieren zu können. Doch allzu kompliziert sollte man seine Befehle nicht gestalten. Denn auch der Parser hat nicht alles verstanden. Was daran lag, dass die Entwickler im Prinzip nur die Wörter in der Datenbank speicherten, die nötig waren, um das Spiel mit Ach und Krach durchspielen zu können und tippten aus Zeit- und Programmiergründen nicht etwa den kompletten Duden ab. Jemand, der mit Fortnite aufgewachsen ist, wird vermutlich die Faszination dahinter auf nicht mehr verstehen. Meiner Meinung nach ist das mehr als schade. Aber ich bin auch nur ein Fuchs aus Stoff mit nem Finger im Arsch, mit einer großen Portion Nostalgie im Kopf. Es gibt einige Rätsel im Spiel, die nicht durch die Verwendung von Objekten oder die Eingabe eines bestimmten Befehls gelöst werden können. Diese Änderung stellten eine erfrischende Herausforderung für ein einfaches Spiel dieser Ära dar. Ein Beispiel ist eine Szene, in der der Spieler dem Griff einer Mumie ausweichen musste, in dem man herausfinden musste, wohin sich das Ding bewegen wird und wie man sich am besten daran vorbeischleichen konnte. Das Problem ist nur, dass die Mumie schneller ist als Hugo und das Spiel von einem äußerste Präzision verlangt, während man in die Tasten hämmert. Zum Glück ist dies die einzige wirklich haarige Stelle im Spiel, die einem den Verstand rauben wird. Ein weiteres Beispiel ist ein Rätsel, bei dem ein alter Mann, der einem den Weg versperrt, eine Reihe trivialer Fragen stellt. Die Fragen, die man beantworten muss, beziehen sich alle auf die Themen damaliger Fantasy und Science-Fiction-Popkultur und da man damals das Internet, wie wir es heute haben, noch nicht erfunden hatte, waren diese Rätsel eine absolut harte Nuss, wenn man von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte. Es gibt mehrere Punkte im Spiel, an denen man sterben kann. Oft geschieht das sogar ganz ohne Vorwarnung, was man in der Regel jetzt nicht erwarten würde. Aber wer die Titel aus dem Hause Sierra gespielt hat, dem kann ja im Prinzip nichts mehr abschrecken. Einige Stellen sind zeitkritisch und man sollte manchmal schon, bevor man einen Raum vollständig betreten hat, den passenden Befehl schon mal in den Parser eingeben, um ihn dann sofort ausführen zu können, um nicht an Ort und Stelle einen Kopf kürzer gemacht zu werden. Das Spiel hat auch zudem ein paar potenzielle Sackgassen, weshalb man sehr oft und immer rechtzeitig abspeichern sollte. Und da es ein klassisches Grafik-Adventure ist, sind diese Sackgassen ziemlich unfair, da Hugos House of Horror an bestimmten Punkten es nicht mehr zulässt an vergangenen Stellen des Spiels zurückzukehren. Was ziemlich kacke ist, wenn man einen bestimmten Gegenstand vergessen hat. Man sollte sich also immer die nötige Zeit nehmen, um den Bildschirm nach brauchbaren Dingen abzusuchen und nicht kopflos durch die Story rennen. Und das ist eigentlich schon der größte Kritikpunkt an Hugos House of Horror und natürlich der zickige Parser, der manchmal einen ganz spezifischen Befehl vom Spieler erwartet. Das ist jetzt aber nicht grundsätzlich ein Fehler von Hugos House of Horror, sondern ein Phänomen eines jeden textbasierten Adventures aus dieser Ära. Man wird also eine Menge Zeit damit verschwenden, bis man herausgefunden hat, welchen Befehl man an einer bestimmten Stelle eingeben muss. Und die Grafik des Spiels hilft manchmal nicht weiter, denn die teils sehr geringen Pixel gaben manchmal nur sehr wenig Aufschluss darüber, welches Objekt man gerade vor seinen Augen hat, was die Identifikation und die Benennung im Parser teils zu einer unfassbar zähen Aufgabe machte. Die Grafik ist jetzt aus heutiger Sicht nicht wirklich etwas, was butterweich auf der Netzhaut zerfließt. Die Spreits sind deutlich weniger blockig als in den Sierra-Spielen der späten 80er Jahre, aber trotzdem sehen sie ziemlich grob aus und haben insgesamt auch wenig Details zu bieten. Das größte Problem ist tendenziell das Outfit unseres Helden, da es ein wenig Augenkrebs verursacht. Dieser schreckliche himmelblaue Pullover mit lila Hosen ist wohl das Schlimmste, was eure Glotzer je zu sehen gekommen werden. Man hatte vielleicht nur 16 EGA-Farben zur Auswahl, aber dass man sich ausgerechnet auf diese sehr zweifelhafte Kombination geeinigt hat? Ein guter Grund für diese krachigen Farben ist wohl, dass so Hugo definitiv nicht mit dem eher braunen und dunklen Farben des Hintergrunds verschmelzen wird. Aber es brennt trotzdem auf der Netzhaut. Über den Sound will ich jetzt gar nicht viele Wörter verlieren. Er ist vorhanden und dies sollte als Aussage schon komplett ausreichen. Es ist jetzt kein völlig schlechtes Spiel und man darf auch nicht vergessen, dass diese eher grobe Perle der frühen 90er Jahre nur von einem einzigen Typen programmiert wurde und nicht von einer Armee von programmierenden Affen. Von daher hat Hugos House of Horror einen Sack voll Problemen, einen schlechten Schreibstil, miese Grafiken und im Prinzip ziemlich einfache Rätsel. Trotzdem ist Hugos House of Horror immer noch ein wichtiger Titel aufgrund seines nostalgischen Werts. Es ist kein schrecklich langes Spiel und nicht so aufwendig wie eines der Adventures aus dem Hause Sierra, aber trotzdem erinnere ich mich noch gerne an den Titel. Vielleicht auch, weil man damals auch nicht allzu viele Spiele hatte wie heute. Man saß auch tendenziell länger an der Lösung. So gesehen ist es ein wichtiges Relikt aus einer längst vergangenen Zeit, das eigentlich dringend auch von einem jüngeren Publikum gespielt werden müsste, sofern noch nicht komplett Hopfen und Malz verloren ist. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Tritra 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 Bis zum nächsten Mal.